Musik Grüß Gott zusammen! Ich möchte Sie sehr herzlich zur Orgelmusik für die Seele begrüßen. Mein Name ist Peter Bader. Ich bin Organist hier an der Basilika St. Ulrich und Afra in Augsburg. Ich habe ein Stück ausgewählt, das von Gerhard Weinberger für Orgel eingerichtet wurde. Es ist der Schlusssatz aus der Kantate Jesus nahm zu sich die Zwölfe von Johann Sebastian Bach. Denn am heutigen Gründonnerstag denken wir Christen ja daran, wie Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert hat und wie er in der Fußwaschung gezeigt hat, was christliche Nächstenliebe bedeutet. Denn er sagt, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Und gerade das sehen wir jetzt in der Corona-Krise, dass die Größen in unserer Gesellschaft die sind, die uns am meisten helfen und dienen. Möge Ihnen diese Musik von Johann Sebastian Bach nun Kraft und Zuversicht schenken und Gottes Segen uns durch diese Zeit begleiten. Möge Ihnen diese Musik von Johann Sebastian Bach und ich die Musik von Johann Sebastian Bach Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020